Kalypso, Licht 2000, Kalypso. Herzlich willkommen zur Montageanleitung von Licht 2000. Dieses Video führt Sie Schritt für Schritt durch die Montage für das Kalypso-Set. Zu Beginn kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind und legen Sie diese vor sich. Lesen Sie die Bedienungs- und Montageanleitungen. Vermessen Sie nun die Decke und markieren Sie die Stellen, an denen die Strahler eingebaut werden sollen. Benutzen Sie einen Dosenbohrer mit mindestens einem Durchmesser von 43 mm. Bohren Sie damit die Löcher an den zuvor gekennzeichneten Stellen an der Decke. Nehmen Sie von der Montagehülse die PVC-Mutter, den PP-Gleitring und den EP-DM-Gummiring ab. Die transparente Dichtung bleibt ganz vorne auf der Einbauhülse. Nun schieben Sie die Einbauhülse mit Dichtring von der Innenseite durch das gebohrte Loch in der Decke. Während Sie mit der einen Hand die Hülse festhalten, stecken Sie mit der anderen von oben zuerst den schwarzen Gleitring und dann den weißen Gummiring auf die Hülse. Nun drehen Sie die Kontermutter auf die Einbauhülse handfest. Als nächstes werden die Steuerung der Trafo und die Verlängerungskabel mit auf das Dach genommen. Es werden durch eine Einbauhülse jeweils zwei Kabel geschoben, sodass die AMP-Stecker unten rausschauen. Bitte achten Sie darauf, dass es zwei verschiedene AMP-Stecker gibt und jeweils einer davon durch die Hülse geführt wird. Einmal Buchse und einmal Stecker. Achtung, bei der letzten Hülse ist es nur ein Kabel. Auf keinen Fall jetzt schon Strom zuführen. Alles muss zunächst komplett verkabelt sein. Von unten werden jetzt die Strahler miteinander verkabelt. Der Strahler, der als letztes eingebaut werden muss, besitzt ein schwarzes Endstück. Und hier sehen Sie die Einschraubhilfe. Ganz wichtig ist es, dass Sie das Gewinde der Strahler mit der beigefügten Vaseline einschmieren. Entfernen Sie nun die Schutzfolie von dem Strahler. Verkabeln Sie den Strahler und drehen ihn mit Hilfe der Einschraubhilfe in die Hülse ein. Achtung, der letzte Strahler muss das schwarze Endstück haben. Stopp! Achten Sie unbedingt darauf, dass der letzte Strahler an das schwarze Endstück angeschlossen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, kommt es zu einem Kurzschluss und die Strahler sind kaputt. Wenn alle Strahler miteinander verkabelt sind, kann nun der Trafo an die Steuerung angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Trafo mit der größtmöglichen Entfernung von der Steuerung angebracht wird. Führen Sie nun den Strom zu. Synchronisieren Sie die Fernbedienung. Geschafft! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Zufriedenheit mit dem Kalypsus-Set. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Zufriedenheit mit dem Kalypsen und Zufriedenheit mit dem Kalypsen.